ja habe ich auch gestern gemacht 2 uhr 2 uhr kommt der shop 2 uhr 0 2 uhr 0 2 uhr 0 das ist in sechs stunden ich glaube ich habe das Ding ich glaube ich bin es auch glaube ich ich darfst du nicht du musst es gestern schon um 13 ausmachen 23 uhr da bist du aber aufgegangen gestern musstest du gestern musstest du ausmachen von deiner mutter aus hat man noch gehört du machst jetzt aus bitte noch 10 minuten das war nicht meine Mutter das war mein Vater und mein Vater schlafen muss und mein Vater und meine Mutter sind schlafen ich darf nicht meine Mutter da ist das noch viel meine Mutter dauert noch zu lange du gehst essen mit deiner Frau mit deiner Frau ich habe zufälligerweise mal Livestream ich habe mich an das Gebäude herangegrappelt und habe Falschalten bekommen weil das einfach zu lange gedauert hat eines von mich bitte das fackt mega ab dass hier immer der Hängengleiter aufgeht wieso denn von wem das ja genau das sind für die Normale nicht weil ich keinen normalen gefunden habe ich werde das wissen unlogisch ey weißt du was hat ähm hatte ein Kindheit mit meinen Freunden Freunde gemacht und die sagen voll coole Mac und die sagen ja wer hat das gemacht hab gesagt du mit wem hast du denn gespielt mit meiner Schule weißt du was 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 A-SAM 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 Was magst du mehr? Worte ist auf GTA Hm? Oh fuck Bin ich dumm oder so? Ich bin so ein Arschloch wie ein Eisbessen Oh, eh genommen der Ich hab mal einen Club in den Boden gelegt und jeder ist in meiner Club reingegangen Oh mein Gott, was hat das grad für Aim? Nein! Oh mein Gott, was hat mit meinem Aim los? Jo Wer ist heute 2 Uhr? Vielleicht Oh mein Gott Digga, was ist mit meinem Aim los? Oh ja Ja guck doch Oh ja Mhm Für mich ist das Vorteil, wir sind scheiße geworden Ey damit Wir müssen ja nicht mal sagen, dass er mit den Kinnmeistern Aber ich weiß, wenn wir das schneiden gehen LOL, wir hast ihn geholt Ja Einfach gutes Aim haben Dann doch so ein Kleiner Aimboot Ich glaube, dass ich über ein gaule Fässer nicht bauen geworden Weiß wieso, es hat heute die Tür auf den Kinn gegeben, mein Freund Ja? Und der Und der Und der Und der Ich hatte 3 Kinn Ich hab jeden Schuss gefunden Für zwei Personen Oha Irgendwann User kannst du mal Sepp ist in Solo Ist so schwer ein Ebene zu machen Jo Bruder, was treffe ich denn gerade? Sepp ist, weißt du was? Was denn? Oh, ich hatte Leute auf Bord Aus der Hüfte Weiß hier, ob es Roboter keine gibt Please Es gibt keine Roboter Nicht? Ah Wo ich treffe gerade gar nichts Die Wii-Spawn, aber wenn du reingehst, dann gehen die kaputt direkt Der Typ trifft aber auch nichts Lust Hast du gerade gesehen, was ich mit der Pump alles getroffen habe, gerade eben wieder? Was, ja? Ich stelle, dass es zu und dumm kommt, wie so Gützsch der Lady Aber Du kannst nicht von Und ich das zu zweitverstellungsgefühl machen Jo Jo Es nimmt einfach kein Baumenü in die Hand Wir verlieren sowieso Boah, Junge Das ist so Das ist kein Arsch Wir verlieren sowieso Doch Guck mal Am Verlass? Ne, Verlass ist ja Aber ich komme ja nicht Mach mit gleich Ja? Und dann? Ich bin in der Lobby drin Ich bin in der Lobby drin Ich hatte einer in deinem Stream mal, äh, so Arschloch geschrieben Warum? Ich war in deinem Stream drin, in einer Stream geschrieben, du bist ein Arschloch Soll er doch machen Ist dir seine Meinung? Von Locker von FNQ oder so Ich hab deinen Instannamen Du heißt, wie im Fortnite, oder? Ne Ah, wie denn? FxHLA Achso CL9HX Das ist mein zweiter Account Welches ist dein echter Account? Ähm, geben wir mal auf den Ein Jahr ist noch gleich, oder nicht? Einmal mit 1x und einmal mit Doppel-X Du sagst die beiden, ja Ah, ja Nice Ehre Hast du mich? Ja Mit dem einen hab ich dich Mit dem anderen abonniert Warten, wie heiß ich? Äh, keine Ahnung Ich hab 100 Leute abonniert auf den anderen, warte ich, schau mal nach Okay Effekt 7 Ich sag dir nur einen Tipp Ich hab, ja Ich halte die im Fortnite FnQ-Mümmel Ja Alles klein geschrieben Und beim nächsten Mal kostet F, kostet M Elite Agentin Ja Richtig Alter Wieso Wo ist das, da trifft die aus Irgendwie Ist so schwer Abon- Abonnenten zu kriegen Ja, ne Find ich nicht Also die schicken mir ja Freundeser auf Bade Aber ich stimme nur Die Beispiel nicht so Fotos mit Beispiel Mädchen Machen so Fotos mit so Sex, Alter Da hab ich gar kein Bock Du hast es in dein Stream drin Hat der Kommentar geschrieben? Ah, ah Like sie Ich hab gesagt, der hat geschrieben, Hi Ja Ja, nur ist Hi Ich nehme einfach zwei Schlafhose raus, egal welche Und du hast Und du hast Du hast komm mal morgen runter, Junge Ich hab gar keinen Bock alleine immer zu spielen Werbes kann morgen nicht langfahren Oder Werbes? Ja Und da hab ich gar keinen Ich glaub jetzt kommt jeder rein Ja, das war ich der dritte Oh, ist das dein Brosses Account? Ist das dein Brosses Account? Wenn wir im Urlaub noch essen? Brauch ich ne Jeans? Ist das dein Brosses Account? Ja, ist das dein Brosses Account? Ja Ja, ja Waaat? Herr, schneidest du das? Ja, ja Natürlich Bruder, aber warum Disconnected das in der letzte Zeit immer? Oh mein Gott, Lila ne Sniper in so ner Bett Äh, Insel Hier ist kein Loot, man Hier ist Oh, Junge Kippe, was zumal Hey, was ist mein Inventar, Digga? Ich mein, mein Ding ist mein Gamecode Disconnected ab und zu manchmal Komm, ich abonnier dich, ja? Ja Wie findest du die Videos? Auf die Block Das dauert immer 20 Minuten so ein Video zu machen Ja, ich gönne die schon Ich mag so fette Videos Ich hab gar keine Ich hörste Leute Ah, Junge Warum bin ich dumm? Ich finde solche Videos Ich finde solche Videos von Leuten scheiße Die halt die ganze Zeit irgendwie nur labern oder so Ich finde solche Highlights immer mega geil Wenn Leute Videos von Highlights machen Ohne reden, oder? Ja Ja Reden können die schon Aber Leute, die halt Ein komplettes Match Also ich feiere halt eigentlich nur Leute, die Action zeigen, so Hey, Gameplay Ja Merke, was du hast Da Du hast den Brawler von 20 und dann Hast du hier heraus Und das ist wiederholt, oder? Was, hä? Wer? Das Video Welches denn? Das letzte Brossers Ereignis 1 2 Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Ähm, ich guck mal kurz Da hast du Crow angezogen Chest opening Hä? Meine Videos Achso Achso It's just a game Ja Vor sieben Stunden Ja Was ist damit? Ja Da hast du nicht gespielt, oder? Da hast du nicht gespielt Doch, doch Du musst hinterspulen auf drei Minuten Da habe ich ein Match gemacht Ja, ja, jetzt bin ich da schon Wer hat mich eingeladen? Hä? Du hast mich eingeladen In was denn? Ich hab dich nicht eingeladen Ich hab dich nicht eingeladen Wenn du mein Leistung verkriegst Hä? Ich hab dich nicht eingeladen Ja Ah, das war ein Bug Das war von welchen Wo billige Dinger sind Aber Memojan Manchmal Bei meinem vorletzten Video habe ich auch Wiederholungen genommen Guck dir mal mein vorletztes Video an Brawl Stars Brawl Ball Vor ne Woche oder so war das Das musst du dir mal angucken Ist das ein Car? Äh, warte mal Ah, ja, hat er es Alles, 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 alles Warte, ich guck mal ob das das ist Du hast einen Meter angezogen da Ähm Ah, eigentlich redest du mal da Ja, stimmt Das ist Brawl Stars Brawl Ball Vor einer Woche Ich hab deine Lieblingssniper Gib... Rapeter Oh mein Gott Ja Such mal, also Guck mal das Video vor eine Woche an Das heißt Brawl Stars Brawl Ball Aber da musst du mal gucken Da hab ich Da zeig ich dir nicht Rapeter, ich hab's nie da angezogen Ja, ja Da siehst du siehst du wie oft wir da hintereinander gewonnen haben Acht mal hintereinander gewonnen und jedes Mal war ich das spieler Ja, du hast da so einen Carsten Plan Ich hab da einen Backplan Gar keinen Bock auf zu welchen Plan Ich würde es auch krass nehmen Nein Ah, ich kann ja meine Deine Rappetsdam mitnehmen Für dich? Mama 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 Ich glaube ich muss die Tür aufmachen Und sind nicht da Ach Na wo noch Ha, die gar nicht wie du bist da Ha, 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 ha ha, 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 ha ja ich weiß die games sind mir zu anstrengend zu bearbeiten das dauert so lange und das problem ist dafür müssen eine extra ich habe auch mega gern gut ich habe die landest gar jetzt das löper haben ich bin Ich wusste nicht, dass man sich daran grabbeln kann. Auf nach Tilted, die Runde gewinnen wir. Wieso? Na ja, da war es so. Ah, ich habe Pett, Junge. Und ich habe Star. Hey, wieso willst du Level 70 sein? Du musst doch bis Level 50 sein. Wieso? Dann habe ich dieses Funkes Spezialistinnen-Outfit. Ja, du musst bis... Das muss mal ein bisschen Level 50 sein. Nein, nein, Level 50. Guck mal, das ist einer. Dieses... Das ist zweiter Outfit. Dafür muss man Level 50 sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, ich habe ihn geblieben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Wie viele Waffen nimmst du immer? Drei. Oder zwei. Ja, ne, eigentlich immer drei. Also kann ich schneller fände. Meistens spiele ich MP mit... Meistens spiele ich MP, AR und Pumpkan oder ich spiele AR, Sniper und Pumpkan. Also entweder MP oder Sniper. Oder irgendeine Fun-Waffe wie Minigun oder so. Ich will einen losgucken, so viel Krab. Ne... No... Oh ja... Ne... Wenn ich mich dahin unter, aus meinem Katrin ausgeben... Nein, klar, ich sprühe. der dadaada meiner papa Digger badap 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 wie war denn ich trau der war doch voll drauf du scheiss sniper triff doch mal ich bin genial ich schieß doch immer noch daneben du kannst an der Decke kleben ja gleich hörst du was erleben so singst du singst du ich möchte nur einmal treffen ich möchte nur einmal treffen wenigstens einmal einen no scope von hinten oh mein gott digga was wird das für ein snipe mega lässig danke fürs kill ab stauben gegner team mit man nicht hast du den snipe gesehen wort 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 mein gott digga was kräftig haben ein sniper und noch eine no scope was ich bin so krass digga nächstes sniper kill ich habe vier snipe kräftige warte lasse ich versuchen zu notkopen da noch so habe ich halt den 50 paket ich habe sieben kills in fünf davon mit die eine chance oder was denn ne habe ich nicht das spiel dafür spieh ich zu wenig solo oder anderes ich spiel zu wenig die leute in amtien aber jetzt klaren sind die spielen jeden tag fünf stunden oder so und dann spielen immer nur solo oder sowas und ich werde gar nicht ich werde höchstens spielwiese oder so mein gott mies tega mies ich fasse nur auf Chips Junge ich bin voll der Chips durch das jetzt aber jetzt kann ich noch gucken ich muss nur einen gegen ich kann nicht nur einen gegen stark märchen ich habe es gesehen sehr starker move von dir ok ich konnte nicht nur auf. das ist meine Schlitter das kann einmal ich finde mich noch Det MR ich kann nicht nur auf Jerusalem ich kann nicht nurten weil er da dem Ja, da sind wir nicht! Ja! Nein! Oh Gott, aber ey! Steh, Mann! Mann, scheiße, die Leute haben immer so... Loll! Big shot! Yeah, yeah! Boom! Boom! Echt, du bist! Wow! Ich hab nur richtig gelegt! Ich hab nur... Zwölf! Wir haben nur noch zwei Kills! Das war auch nicht! Drei Ja, ich bin noch zwei Kills! Wenn ich nach oben mache! Oh, ich sag! Ja, ich bin noch was! Ja, ich bin noch Leute! Ja, ich bin noch was! Mama, gib mir mal ein bisschen Essen. Ich hab Bock auf Pizza, Junge. Was? Was? Ist der Perf noch drin? Ne, keine Ahnung, ich hab's ja schon gekauft. Nein, doch nicht. Ich hab' ja guten Nutzen gemacht. Geile Werbung, Digga. Könntest du das an zweimal Werbung? Ja, ja. Wieso denn? Keine Ahnung. YouTube wird eh gelöscht, YouTube. Ja, ich glaub' nicht, dass es gelöscht wird. Das sagen zwar alle, aber ich glaub' nicht, dass es gelöscht wird. Ja. Sehen wir ein Volltyp? Ja. 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 Für was denn? Eigentlich ist es besser, was unlosig, oder? Ja. Guck mal, ich hab' jetzt, ich hab' ja schon. Digga, in-game hätten wir, in-game mit mir jetzt, als hiermit hätten wir jetzt schon gewonnen, in-game. Blau-Pam, blauer AR. Ja. Ja. Wir hätten schon mal alle Gegner uns heute genommen. Ah, ja. Noch von alleine auf, du Tricks-Game. So, wenn ich das nur fett, Mann! Ich schwör', ich geb' dir jetzt eine Bombe von Fortnite. Du, ich bin eh nicht so immer umgekommen. Wie gibt's noch so Schmuck? Äh, ja. Ich schneide heute. Und, ähm, ich mach' ja auch nicht alle schneidenden, wo ich tot bin und so alles passiert. Ja. Ja, du weißt schon, oder? Ja. Ja. Ich kann den kompletten Text von dem Lied auswendig. Und wem? Alen. Alen. Sing doch. Alen. Alen. Ich bin alle. In meinem Garten steht ein riesengroßer Baum. Schlechte Zeiten sind passé, passé. Ade, ade. Bruder, lass uns darauf noch ein Baum verdrehen. Runden vom Kaffee im Schnee. Guck mal. Guck mal. Amg, du hörst es an den Sound. Mein Leben ist ne 10 von 10 und 10 von 10. Plänen, die ich mache, genau. Komm von unten, bin jetzt oben. Ich kenn' die Skylines. Ich kenn' den Boden von leeren Marken an schweren Tagen zu Euros Dollars Designer Marken. Mama, was hast du gegessen, da? Ah, ja. Ja. Ich zähle Peppa, Peppa, Peppa. Ja. Was hast du gegessen, da? Schöne Sprüche, mein Klaschenlehrer. Ich wusste, ich hab' nirgendwo angeb'r. Aber auch von Neugröbeln. Algen wartet jeder. Ich lasse das richtig Dank, finde ich. Ja, nö, ich brauche ich nicht, ich hab' ein Pulis. Mit lauter Mucke und mein Benz auch sehr gut. Chill grad' mein Leben, Bruder. Fuck mich nicht, hab' was du schon mal aus meiner Frau. Ja, ja. Ich hab' alles rausgeguckt. Was nimmst du nur Waffen? Blauer Air, Blaupump und Revolver. Da liegt ne Blaupump. Beide ich bin von der Team mit Geiert, der sieht das nämlich auch. Ah, okay, er ist scheiße. Er hat Heidi's Skin. Alles Magic, was ich mache, Hoopis Pokus. Bin wieder im Modusbildschirm, Vorschuss war zu Robus. Alle warten vom Tourbus. Kameras sind auf Fokus. Machen wir keinen auf Konfu. Amenaka von Jojo. Ich geb' mir ein Match im Mac mit einmal und ein paar Oliven. 94 Gegner sind bei mir. Ich muss sie bekriegen. Nö, gib' mir es, ja? Ich hab' einen Fisch davor gelernt. Ich fand's Heavy-Fund-Spiel. Nimmst du keine AR? Nö, doch hab' ich doch. Nö, aber bei mir ist das kein AR. AR ist ja Revolver oder nicht, oder? Ne, ich spiel' AR und Revolver. Ah, da ist der ne! Ey, 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 ey. Da, über, äh, 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 den kann man ja gar nicht sehen, das war. Ey, egal, was ich wach hier. Oh Gott. Blaue Revolver, Junge. Oh, lol. Fick die Rapper, was sie reden, alles Lügen. Apiat, Masari, Apiat. Ich pack' jetzt fette Tüten. Berlin lebt. Ghetto, Ghetto. Bravo, Komarudel. Was versetzt das da, Kollege? In meiner Gegend fliegen Kugeln. Es freut der Rube, jetzt kannst du den Brattern googeln. Heute esse ich Steak, gestern 5 Minuten Nudeln. Ich bin original, der Rest ist Dubel. Das Leben ist ne Bitch, ich pack die Schwampe an der Gurgel. Keine Skrupel, der Brahe als Löwe. Guck mal, wie ich nimm es, würde meine Feinde töten. Kannst du ein türkisches Wort, ich weiß ein türkisches Wort? Haram, Verbot, Walla und ähm, warte, 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 warte noch, jalla, ist jalla türkisch? Ja. Walla meinst du, oder? Ja, Walla und jalla. Kannst du aber noch schieben? Habe ich gehört, aber kein klar, was es bedeutet. Heißt dann? Walla heißt die Schwöre, oder? Mhm. Und jalla heißt beilig. Aber mein nächstes Team heißt Dings. Ähm, eine Beleidigung. Cool, muss ich mir merken. Oh, was ist das für eine Beleidigung? Ähm... Oh, Walla, das ist ähm... Hurensohn. Hm... Oh, fuck, Digga, ich brauche pumpen. Alter... Mir wird grad jeder Kill so heftig abgestaut. Alter, komm, Uli, warte. Hier, 10. Gib ich dir. Mir wird grad jeder Kill so scheiße heftig abgestaut in der Lobby. Was, geh mal durch hier denn mal, Junge? Was für Abstaubung gibt's hier? Ich hab grad mal drei Kill, Bruder. Komm, du läufst dir immer abgestaut. Ich triff keinen Schub mit Revolver, Mann. Warum spielst du den Revolver? Hä? Wieso spielst du den Revolver? Ich hab ja hier den Schub getroffen. Einfach keinen Schub getroffen. Von mir, das ist immer nicht so. Ich hab' nicht so gut rein. Ey! Guck dir da mal, wenn du das guckst. Ich hab' nicht so gut erledigt. Ich hab' schaff' den keinen Schub getroffen. Du kannst irgendwie immer einen Francois schlagen. Was hast du denn gekonzt? Unglückst, Alter. 97 headshot der one shot der zwei revolver hits schön team jetzt ist ja alles so gut abstoffen können ich gebe jeden gegner so ein revolver hit und töte einen zu viele ich kann es da nicht mehr bauen Internet Acker Insel Spray von zwei Leuten, ich lande und kriege Insel, zwei Leute sprayen auf mich Wir müssen die Total-Manager, dann fühlen wir endlich mal Wollen wir Einer tötet, einer hat die Junge! Jetzt kommt jeder an! Auf der anderen kriegst du zu holen! Wollt ihr ernst machen? Ach so einem Wollt ihr da? Das ist ja wieder Aqui geht's ich hab noch rein ja bitte lauf meine falle das wir so ehrenhaft Ja, ne, den gefallen tut er mir leid nicht. Ehrenlos. Ich hab noch einen. Wo kann man da gehen, Mann? Oh, ne, Mann. So viel, du zeigt mich. Oh, ich hab so viel, 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 was ich weiß, weil ich nicht die anderen habe. Ich geh mal hier vorne, wenn man da tötet, aber scheiße, tötet. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn mitgeschickt. Ich hab früher nicht gemacht. Ja, aber so richtig gekommen, wie ich ernst mache. Bruh. Ja. Ich hab ihn mitgeschickt. Ich hab ihn mitgeschickt. Aber noch ein paar. Hör ihn. Hör ihn! Hör ihn! Hör ihn, hör ihn, hör ihn! Hör ihn! Oh, Mann, was du noch nicht? Ich hab ihn mitgebracht. Oh, calm. Hör ihn! Ich hab ihn mitgeschickt. Ich kann nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr m keine Ahnung wenn es nicht copyright ist ja was ist copyright? das Copyright ist grob gesagt wenn die Produzenten verbieten dass die songs gespielt werden im live stream oder so aber ich kann auch mal oder ja okay das copyright war das noch einfach das schon beenden egal ich mache auf twitch da ist kein copyright